Diese zum Kauf angebotene Doppelhaushälfte wird in Türkei erbaut. Voraussichtlich 2012 wird dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Außentagplatz. Es hat drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 255 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 95.000 Euro zum Verkauf. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.